Wir haben uns jetzt mal gefragt, habt ihr auch den Taylor oder die Taylor drauf? Könnt ihr tailern? Wir haben ein kleines Lied vorbereitet und wir schwingen jetzt mal das Tanzbein und ich tue einfach auch mal so, als könnte ich voll gut tanzen. Also ihr zwei aufstehen. Das Lied kommt jetzt gleich sofort. Alle können tanzen. Bei mir sieht das richtig professionell aus. Okay, ich gehe mal einen Schritt zurück. Na? Das nennt man Churkeln. Ja, ich kann das leider nicht so gut. Ich verbeuge mich vor euch. Das war sehr geil. Ich finde, du solltest uns lernen. Kann man ihr das nicht irgendwie beibringen? Ja, klar. Auf jeden Fall. Oder? Ich finde, das war schon gar nicht so scheiße aus. Ich schorge jetzt einfach mal, weil ich es richtig drauf habe. Ich sage einfach, jeder könnte tanzen. Ja. So. Ich fühle die Musik. Ich fühle die Musik jetzt. Ich bin nur auf Frankreich.